Kann ich dir das sagen, der Chefin? Also, und wenn ich dir das sage, habe ich die Unterstützung von allen meinen Kolleginnen? Sagen die dann auch, ja, richtig, endlich sagt es mal einer. Wie reagiert die Chefin? Wird man jetzt sanktioniert? Hat das ein Nachspiel? Wie kriegen wir also eine Veränderung rein, ist in der Situation eine Frage. Vielleicht kennen einige von euch diese Meeting-Situationen. Da sitzt man da, und dann sitzt man da. Und sitzt man da. Eine Kollegin von mir, die saß sehr lange da und sie hatte vor allem nur eines in dem Meeting zu tun, nämlich zu sitzen, weil sprechen war die Rolle ihrer Chefin. Wer kennt von euch solche Meetings, wo man von oben Druck betankt wird mit irgendwelchen Inhalten, wo geredet wird in monologisierter Form? Ganz andere Situation, die aber was damit zu tun hat. Ein junges Pärchen, gerade ein paar Jahre verheiratet, sie ist noch unglaublich verliebt in einen anderen Mann. Beides sind Situationen, wo Veränderung unglaublich schwerfällt. In der einen Situation, kann ich dir das sagen, der Chefin? Also, und wenn ich dir das sage, habe ich die Unterstützung von allen meinen Kolleginnen? Sagen die dann auch, ja, richtig, endlich sagt es mal einer. Wir alle haben ja schon diese Situation gemerkt, wo einer sagt, komm, geh du mal nach vorne, geh du mal nach vorne. Erzähl, sag du das mal. Da ist man schnell alleine gelassen. Wie reagiert die Chefin? Wird man jetzt sanktioniert? Hat das ein Nachspiel? Wie kriegen wir also eine Veränderung rein, ist in der Situation eine Frage. In der anderen, mit der Beziehung, ist es auch eine Frage. Ist das jetzt nur mal so eine kurze Liebe? Ist das jetzt ernst? Ist das jetzt echt? Was sagt die beste Freundin? Das kannst du doch nicht machen. Jetzt haben ganz viele Menschen eine Meinung an selber vielleicht nicht mal und ist desorientiert und weiß nicht, was man tun soll. Weiß noch nicht mal mehr, was man möchte. Diese beiden Situationen haben eins gemeinsam, nämlich wir reden hier über eine soziale Veränderung. Also über eine Veränderung, wo es irgendetwas Zwischenmenschliches gibt. In beiden Fällen ist die Frage, wie reagieren die anderen? Was machen die da? Was ist denn, wenn ich jetzt was tue? Und auch, wie werde ich von anderen bewertet? Vielleicht kennen die einen oder anderen von euch auch solche Situationen. Vielleicht ist jemand von euch sogar mal, ist einer in der Situation, dass er gerade falsch verliebt ist? Wer hätte sich gemeldet, ist aber mit dem Partner hier? Muss man ja einmal abchecken, okay. Es ist schwierig, schon sich selber zu verändern, einverstanden? Ich müsste ja eigentlich mal ins Fitnessstudio gehen. Ich sollte ja gesünder essen. Da gibt es den Konjunktiv, und zwar den Konjunktiv Irrealis. Das ist der, den man nicht macht, für die, die in Grammatik wie ich nicht aufgepasst haben. Man könnte, müsste, sollte, hätte, eventuell vielleicht, gegebenenfalls, machen wir gegebenenfalls mal, irgendwie wann, fangen wir mal an, ab morgen. In der Kneipe nebenan hing früher so ein Plakat. Morgen Freibier. Meine Güte, war ich enttäuscht. Zumindest ab dem zweiten Tag. Dann habe ich es gemerkt. Jetzt ist es aber die spannende Frage, wenn wir solche Situationen haben, wo Verändern schon mit uns privat alleine so schwierig ist. Jetzt kommt noch die soziale Komplexität dazu. Jetzt müssen wir es noch schaffen, dass die Leute auch irgendwie was anders machen. Jetzt brauchen wir, dass die Chefin vielleicht eine Einsicht hat und sagt, ja, jetzt, jetzt wurde es sachsig, ich verstehe. Jetzt brauchen wir es auf der anderen Seite, dass vielleicht in der Beziehung ich eine Klärung habe, dass ich das vielleicht mal bespreche, dass wir viele mal überlegen, was können wir denn da tun, dass ich mir eine Meinung bilde und dann die Frage stelle, wie reagiert denn eigentlich mein Umfeld? Bewerten die mich? Bin ich da noch gut genug? Was sagen die Leute? Und was heißt das dann für mich? Das sind die Kernfragen, die uns auch immer wieder als Knüppel der Veränderung in den Weg geschmissen werden, wenn wir uns eben versuchen zu verändern. Und ich möchte jetzt mit euch einmal in das Gehirn schauen. Denn wenn wir ein bisschen begreifen möchten, mit welchen Kniffen und Tricken und vor allem auch mit welchen psychologischen Haltungstricks wir Veränderungen ein bisschen besser hinbekommen, dann können wir diese ganz konkret nehmen und eben nochmal einen anderen Blick drauf werfen. Einmal auf die Frage, warum tue ich denn, was ich tue? Einmal als zweites auf die Frage, was kann ich denn tun, um eine wirkliche Veränderung hinzukriegen? Ich möchte euch ein neurowissenschaftlich fundiertes Modell zeigen. Ein Modell, wo es um die Frage geht, was ist denn die Quelle unseres Verhaltens? Also was tickt dort oben im Gehirn, wenn ich etwas tue, so wie ich es tue? Das gesamte menschliche Verhalten definieren wir jetzt, das ist jetzt durch diesen Kasten beschrieben. Alles, was wir machen, hat irgendeinen Grund, der jetzt hier beschrieben ist. Und dort gibt es jetzt einen ersten Teilbereich, das ist sozusagen die biologische Grundlagenebene. Wir haben im Gehirn ein paar neuronale Systeme, da sind solche lustigen Gehirnzellen, die sehen so aus wie so Sterne, die mit Mini-Winni-Würstchenketten verbunden sind. Und die sind in verschiedenen Strukturen angeordnet. Einige kennen die Amygdala und den Hippocampus und wie sie nicht alle heißen. So die Grundidee ist, hier gibt es etwas, was uns biologisch prägt. Und das ist auch erstmal relativ wenig veränderbar. Lange Zeit haben wir uns erzählt, man könne alles verändern, aber da ist immer die Frage, wann ist es jemandem mal gelungen, jemandem einen dritten Arm dran zu coachen? Wenn ihr den Fall kennt, sagt es mir bitte. Aber das passiert halt einfach nicht, weil wir haben erstmal eine gewisse Grundlage. Wenn wir funktionierende Augen haben, sehen wir, wenn wir sie nicht haben, sehen wir nicht. Und da können wir auch rumcoachen und üben und machen, was wir wollen. Das klappt dann einfach nicht. Diese biologische Realität, kann man sie nennen, besteht aus zwei Bereichen. Nämlich einmal den Bereich Persönlichkeit, am besten zu messen durch so ein Werkzeug wie zum Beispiel Deep Ocean. Auf der anderen Seite ein Thema, das ist die sogenannte Intelligenz. Ihr kennt vielleicht den IQ. Das sind die beiden großen Teilbereiche, wenn wir in die Forschung reingucken, wo wir sagen, ach, guck mal, darum geht es. Jetzt gibt es einen sehr, sehr großen Bereich. Und das ist der große Bereich, der uns eigentlich sehr glücklich stimmt. Dieser Bereich ist biologisch geprägt. Ein drittes Ohr kriegen wir nicht dran gecoacht. Wir kriegen keine neuen neuronalen Strukturen einer gewissen Größe dran gecoacht. Aber es gibt schon was, was wir machen können. Einige von euch haben schon mal den Begriff Neuroplastizität gehört. Das ist klugscheißerisch für die Veränderung des Gehirns. Alleine nur dadurch, dass wir etwas mit diesem Gehirn machen. In dem Moment, wo ihr hier gerade darüber nachdenkt, hoffentlich, sonst gucke ich böse, was ich hier sage, in dem Moment passiert in eurem Gehirn in der Tat etwas. Zwischen zwei Gehirnzellen werden so lustige, kleine Verbindungen gebaut. Diese Mini-Winni-Würstchenketten werden erstellt. Und es ist in der Tat so, dass alleine der Fakt, dass ihr hier gerade sitzt, euer Gehirn neurophysiologisch umbaut. Ihr nehmt quasi echte Baumaßnahmen im Gehirn gerade vor. Diese ganze Welt sind die gesamten Muster, die wir ausbilden können. Wir können jetzt sagen, Gewohnheiten ist dasselbe Wort, nur ein bisschen einfacher. Und diese Gewohnheiten haben wir auf zwei Ebenen, nämlich als Denkgewohnheit und als Verhaltensgewohnheit. Was man halt so denkt, was man halt so tut. In dem Moment, wo ich zum Beispiel von der Persönlichkeit jemand bin, der sagen wir mal ein bisschen mutiger ist, ein bisschen weniger stressanfällig, ein bisschen weniger so soziale Normen und Regeln erfüllt. Ja, dann gehe ich mit dieser Persönlichkeit jetzt in die Welt nach draußen. Und jetzt haue ich auf so einer richtig schönen Firmenfeier den schmutzigen Witz raus und denke, jetzt lachen sie gleich alle. Schwierig. Jetzt gibt mir die Welt ein Feedback und sagt, der war scheiße und nicht angebracht. Was lerne ich jetzt hier? Jetzt lerne ich, deine Persönlichkeit neigt dazu zu sagen, komm raus mit dem Witz, versuch's mal. Aber ich habe ja die Erfahrung gemacht, keine gute Idee. Der Chef war noch eine Woche beleidigt. Das lasse ich mal lieber sein. Und jetzt entsteht ein neues Verhaltensmuster, gekoppelt an dieses Denkmuster. Aber was ich jetzt mache, ist, ich sage, okay, der Witz wird erst bei den engsten Freunden getestet, dann vielleicht bei den Schwiegereltern, um mal zu gucken, wie das so läuft, so Gefahrenterrain langsam hoch. Und wenn der da den Testbestand hat, dann ab auf die Firmenfeier. Jetzt passe ich also ein Verhaltensmuster an. Es ist in der Tat so, dass die größten Teile eures Gehirns, das größte Volumen, diese Verbindung sind, die ihr systematisch seit dem Kindsein immer weiter aufgebaut habt und aufgebaut habt und aufgebaut habt und aufgebaut habt. Das füllt unser Gehirn wunderbar an. Wenn diese Muster mal nicht funktionieren, wenn wir mal in einer Situation sind, wo wir jetzt sagen, so, der Witz war Freundes geeignet, der Witz war Schwiegereltern geeignet, ich hau den raus und schon wieder Schock. dann sagt unser Gehirn, oh oh und sagt so, liebe Leute, das ist schiefgegangen, alle unsere Erwartungen, wie das hier läuft, sind dahin. Jetzt habe ich noch genau vier Ideen, wie ich hier rauskomme aus der Nummer. Und diese vier Ideen, die sind ein bisschen älter. Wir reden über Stress und die meisten von euch kennen die ersten beiden typischen Stressreaktionen, nämlich Fight. Also, erste F ist Fight, das ist der Angriff. Im Angriff steckt zum Beispiel die Schuldzuweisung drin. Eines Samstags ich stand im Wohnzimmer viel Platz um mich herum, um mich nichts. Meine Tochter läuft an mir vorbei, so drei Jahre zu dem Zeitpunkt und tritt mir auf den Fuß. Papa, warum hast du immer deine Zehen im Weg? Schon ab da gibt es eben eine Stressreaktion und diese ist Angriff. Angriff heißt, wenn Papa schuld gewesen ist, dann bin ich es nicht gewesen, ich kann ganz entspannt mich zurücklehnen, nicht mein Problem, nicht mein Fehler. Ich habe hier das Ganze nicht produziert. Er war der Idiot. Wir wissen also ganz genau, wo wir dran sind. Das nächste haben wir auch schon gehört, das zweite F, Flucht, Fight or Flight nennen wir das gerne. Mir hat mal ein Kunde erzählt, Unternehmer, Geschäftsführer, war vorher bei einem anderen Unternehmen in Berlin, der saß in einem großen Konferenzraum, der Chef der Geschäftsführung und zwei weitere Geschäftsführer saßen da, man hat ein Krisengespräch. Man musste ihm sagen, also wenn Sie jetzt nicht diese Entscheidung treffen, dann wird das hier schlimm, das wird schlecht, das wird nicht gut, Vorsicht. Sagt er, ja gut, können wir drüber reden, aber machen wir erstmal eine kurze Pause, ich muss mal um die Ecke. So standen da so und guckten und irgendwann fuhr der Wagen vom Chef vom Hof und zwei Tage war er nicht mehr gesehen. Das ist Flucht. Das nächste F, übrigens auch mittlerweile wissenschaftlich nachgewiesen, freeze, das Erstarren. In der Schule, zwölfte Klasse, Klausuren, mein bester Kumpel Hansi sitzt neben mir, plötzlich guckt er mich an, so nach dem Motto, Ey, scheiße, wie heißt noch mal mein Name, Alter. Jetzt müsst ihr wissen, sehr helles Köpfchen, der ist bald Vorstand in einer ziemlich großen Bude. Hier unten hat der kein Thema. Aber wenn der Stress reinläuft, wir kennen das alle als Blackout, dann ist die Frage, ey, scheiße, wie heißt noch mal mein Name, Alter, vollkommen angemessen. Das löst das Problem. So, und jetzt kommen wir zu einem der schwierigsten Punkte, die wir immer wieder haben, wenn wir es zu tun haben mit sozialer Veränderung und der Punkt, den wir gemeinsam im Griff kriegen müssen, wenn wir es schaffen wollen, uns wirklich auch zu verändern und die Gruppen, die sozialen Systeme, Familie, Meeting oder wen auch immer, mitzunehmen auf diesem Weg. Und das ist das vierte F. Vorher müssen wir uns noch eine extra Frage stellen. Jetzt gibt es ja diese Verhaltensmuster, diese Denkmuster. Und die gibt es nicht nur alleine für uns in unserem Kopf. Zum Beispiel, stellt euch mal vor, ihr neigt dazu, so diese richtig schönen scharfen Messer, so 100 Euro, so ein Ding für so ein Messer, in die Spülmaschine zu legen. Ja, oh, wie konnte ich nur überhaupt diesen Gedanken äußern? Ihr merkt, das ist so ein Thema, da könnt ihr schon mal Ehen dran zerbrechen. Jetzt kommt man in eine neue Partnerschaft und da passiert es. Man sieht es ganz genau, es wird reingelegt. Jetzt ist die Frage, inwiefern entsteht denn eine Kultur in dieser Beziehung? Es gibt eine Kultur in der Partnerschaft, in der Familie, in der Firma, es gibt eine Meetingkultur, es gibt eine Abteilungskultur, es gibt eine gesellschaftliche Kultur. Es sind alles kleine Ebenen und wenn jetzt der erste Partner, dieses Messer da rein liegt und der nächste Partner in Fight geht, nein, das machst du nicht. Jetzt lernt der Partner was. Messer, Schublade in der Spülmaschine, scheiß Idee, bei dem Partner mache ich das nicht und man einigt sich jetzt gemeinsam drauf, wisst du was, bei uns in der Familie tut man die Messer nicht in die Spülmaschine. Jetzt hat sich hier quasi ein gemeinsames Verhaltens- und Denkmuster gebildet, wo wir über das Miteinander in dieser Situation quasi verhandeln, ob das da rein darf oder nicht, auch als Funktion, wie heftig wir reagiert haben mit unserem 4F, wo wir uns einigen darauf, Messer, Spülmaschine, doofe Idee. würde jetzt eine nächste Person in diesen Haushalt kommen und würde jetzt ein Messer in die Spülmaschine legen, dann kommt jetzt die Kultur mit zwei Leuten, die dasselbe Muster haben, die es genau so sehen und sagen, was, wie kannst du nicht? Jetzt tun die sich zusammen, das ist das sogenannte Flock, das Zusammenrotten, das Schutz suchen in der Gruppe. Nein, das macht man nicht, da könnte ja jeder kommen, das haben wir noch nie so gemacht, wo kommen wir denn dahin? Der Beamtenvierkampf, ne? Habe ich das jetzt gesagt? Nein, ne? Nein, schneiden wir raus, alles klar. Also, jetzt fordern wir quasi soziale Konformität ein. Wir sagen, wenn du in diesem Haushalt bist, dann hast du hier gefälligst nicht die Dinger in die Spülmaschine zu räumen. Das ist die Geschichte dahinter. Einverstanden? So, jetzt ist die spannende Frage, wenn jetzt seit fünf Jahren die Chefin zum Beispiel immer wieder dieses Meeting hält und immer wieder Monolog hält und immer wieder das genauso macht, traut man sich das noch anzusprechen? Das macht man doch nicht, das macht man doch immer so. So macht man das hier. Man hat quasi kollektiv, gesamtheitlich hier miteinander trainiert, dieses Muster zu leben und zu zelebrieren und immer wieder zu machen. Und dann ist es passiert. Die Kollegin, ich habe mit der ein kleines Coaching gemacht und da haben wir gesagt, Mensch, folgende Idee, versuch doch mal einfach was zu sagen. Kleine Technik benutzt, sie hat auf ein Schlüsselwort geachtet und als die Chefin dann irgendwas sagt, sie hat gesagt, Mensch, liebe Chefin, das ist ein tolles Stichwort, da möchte ich einfach noch mal was ergänzen. Das Meeting lief weiter, ein bisschen später, die Chefin, Mensch, sie hätte ich gleich gerne mal in meinem Büro. Vollkommen nervös in das Büro. Okay. Ja, also, dass sie endlich mal was gesagt hat, das wäre so toll. Sie redet da die ganze Zeit und sie fragt sich, wieso sagen die nichts? Wieso sagen die nichts? Und jetzt hat, was sind sie bewogen, hätte jetzt mal was zu sagen. Jetzt stellt sich heraus, dass in solchen Kulturen manchmal Ergebnisse entstehen, die keiner will, die jeder Kacke findet, aber bei denen jeder mitmacht. Warum? Sie sind physiologisch hier eintrainiert. Und das ist genau die wichtige Botschaft und damit haben wir auch die Lösung eigentlich schon längst verstanden. In dem Moment, wo ihr sagt, hey, ich habe hier Muster, wenn ich die nicht mehr mitspiele, kann es sein, dass ich einen Stressor abkriege. Das kann sein. Ich darf jetzt daran arbeiten, stabil zu sein, emotional sicher zu sein. Ich kann daran arbeiten, das gut hinzukriegen. Aber wenn ich es anspreche, dann habe ich die Chance, die Kultur wirklich zu verändern. Und am Ende geht es darum, dass ihr euch selbst versteht. Wer seid ihr? Wollt ihr sowas mitspielen oder nicht? Eine klare Entscheidung trefft, will ich das ändern oder will ich das nicht ändern? Möchte ich dafür sorgen, dass sich die Kultur dreht und übernehme ich die Verantwortung dafür? Wenn ihr die übernehmt, ihr werdet Stressoren erhalten. Es ist das Zeichen, dass ihr auf einem guten Weg seid. Und dann kriegt ihr höchstwahrscheinlich eine Änderung hin mit viel Geduld und mit viel Spucke. Und bei euren Veränderungen wünsche ich euch unglaublich viel Erfolg. Packt es bitte an. Hey, du bist Unternehmer, Führungskraft oder Selbstständiger und hast sowas hier im Gehirn? Na, bestimmt. Denn das ist eine Gehirnzelle und ich hoffe, dass du eine ganze Menge davon hast. Die machen dir aber auch ein Problem. Denn sie machen dich nicht intuitiv so wirksam, wie du sein solltest. Wenn auch du das Thema hast, dass du immer wieder im Kampf bist, immer wieder Mühe hast, teilweise die Organisation nicht alleine lassen kannst und immer wieder kontrollieren musst und es läuft nicht so, wie du es möchtest, dann musst du vielleicht dein Gehirn neu überdenken und neurowissenschaftlich fundierte Prinzipien lernen, wie du dein Gehirn zu deinem Mitstreiter machst für maximale Wirksamkeit. Wenn dich das interessiert, dann lade ich dich jetzt hier ein, da unten hinzuklicken und bei der kostenlosen Masterclass zu genau dem Thema dabei zu sein. Wir freuen uns, dass du dabei bist.